Hallo, schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind an diesem Mittwochvormittag. Es ist Punkt 11 Uhr. Good morning, buenos dias. Wie viele Sprachen kannst du guten Morgen sagen? Einmal mindestens auf einer und die reicht hier herinnern. Und zwar tirolerisch. Guten Morgen. Dani spielt Tennis, Donner im Computer und die Nächsten fahren halt unter Wasser Fahrrad. Warum nicht? Wie bitte? Bis morgen. Du trinkst mich jetzt? Ja, komm jetzt. Ich spare mir jetzt das Singen, aber sein Weg war kein leichter in letzter Zeit. Und er war steinig und schwer. Und glaube ich, wie stark man in so einem Alter schon sein kann. Ja, das ist wirklich unglaublich. Eine sehr schöne Geschichte. Wir kommen jetzt zu einem ganz, ganz anderen Thema. Wenn wir gemeinsam ins Kino gehen würden, hätten wir beide was davon. Ich würde Channing Tatum sehen und du Sandra Bullock. Die Sandra. Endlich das Wunschgewicht erreichen und dann auch halten. Mein ganzes Leben träume ich davon. Ich habe heute dem Lito einen Ohrwurm beschert und den kriegen sie jetzt auch. Du glaubst nicht wirklich, aber das geht gerade zu Tanz, oder? Natürlich. Weil Julia aussieht wie eine von ABBA. Ich gehe auch nicht bei ABBA. Schönes Wochenende. Schauen Sie was Gescheites. Hören Sie was Gescheites. Ich gehe auch nicht bei ABBA. Ich gehe auch nicht bei ABBA. Ich gehe auch nicht bei ABBA. Bis zum nächsten Mal.